Mit dem kann ich jetzt Branddarstellungen machen, also wirklich im Gebäude drin einnebeln und dann so eine Mitte in die Raumrindstelle und dann sieht das aus, als würde Feuerbrenner irgendwo. Aber gelblich auf Hauptrinne ist immer besser. Was ich cool fand, war jetzt die Geschwindigkeit, weil die viel schneller waren. Die Multi-Flash sind ja wirklich langsam. Die Multi-Flash nutze ich immer, wo die Pläne wäre. Und dann die Rindsätze, und dann durch den Nebel wird das verstärkt und dann sieht das aus, als würde das im Gebäude brennen. Das ist wie die Möglichkeit von... Die hat aber auch Aussätze. Aber das Schnelle hat mir jetzt gefallen, weil das habe ich so noch nicht gesehen. Damit kannst du mich so richtig... Da hat Aussätze. Da müssen wir mal gucken, welches ist. Ja, ja, ja. Gibt es die auch im Blau? Ne. Oliva früher? Weiß, weiß oder schwarz? Ja, TTR nicht. Ja. Ja. Jetzt destined. yn